In dieser Stelle haben wir ein neues ASUS Notebook aus der U-Serie. Wie Sie hier sehen können, wir haben Auswahl zwischen 12, 14 und 15 Zoll Größe. Das Gerät ist U20. Seine Besonderheit ist zu einem sein Design von der Herstellung, von den Materialien. Das Gerät hat in Schengen Glossy Oberfläche, die in verschiedenen Blickwinkeln auch verschiedene Schimmern oder Nüanzen aufweist. Das Gerät hat LED-Hintergrundbeleuchtung, eine ULV-CPU. Das Gerät wird ungefähr eine Akkulaufzeit von ca. 6 Stunden haben. Aber das Besondere ist natürlich auch sein Preis. Das Gerät wird einen Preis von ungefähr 899 Euro haben. Dazu wird natürlich ein Touchpad mit Lichteffekten kommen. Und eine Tastatur. Leider ist hier eine provisorische Tastatur verbaut. Aber die Tastatur wird auch eine Hintergrundbeleuchtung haben, sodass man auch nachts im Dunkeln mit dem Gerät irgendwo sitzen kann und arbeiten kann. Und man sieht, dass der Fahraufwand trifft.